Was für was geht, Leute? Overwatch, Leute, im Link, Leute, könnt ihr billige Games kaufen, Leute, ich bekomme eine kleine Provision, das Spiel bleibt derselbe Preis, Leute, wollte ich nur mal sagen, okay, gerade war es komisch, irgendwie war das Video am Arsch, eine Aufnahme gemacht und das, kein Plan, wo das Video ist, es wird nicht gefunden, irgendwie, also wo es normalerweise gespeichert wird, ist es nicht. Nein! Why kommt der denn jetzt? Ich hasse diese Suche immer wieder, somit wird das Video immer ohne Grundlänge. War da nichts für jemanden? War da nichts für jemanden? Ja, hat's wohl für sie. Ok, ob wir uns da auch ziehen können? Ja, perfekt. Die fackt mich grad übel zusammen. Ich platziere mir mal wieder, bevor sie wiederkommt. Und die hat mir grad echt Angst gemacht. Die kommt auf einmal vor mir. Von hinten, Digga. Die hat mir schon grad Angst gemacht, irgendwie. Die kommt von hinten einfach. Was weiß ich, was die war. Wollen wir zu seinem alt begehrten Tank wieder zurück? Nein, wir spielen mal mit dem wieder. Der ist auch gut, den hab ich auch gespielt. Ich find ihn gut. Wenn man umgehen kann mit dem, ist der übelst OP. Der ist echt gut, find ich. Also, aber der ist auch gut, der, der hier, den ich mit der Maus zeige. Diese beiden find ich echt gut. Den da find ich nicht so gut mit dem Revolver halt. Der hat auch Schnellschuss. Der hat auch Schnellschuss. Der hat auch Schnellschuss. Oh. Warte. Geht nicht. Geht nicht dort. Dort aber. Das Velbe immer überall. Echt? Ja, gibt auch das Velbe. Was? Warte. Oh, das geht ja auch hier lang. Ist der Mann tot? Nein. Schade. Was? Alle auf einen Fleck? Naja. Gehen wir hier an. Ja, hab ich auch schon gemerkt. Oh, da ist ein Sniper. Oh, da ist ein Sniper. Leben, Leben, wo bist du? Ich bin wieder hergestellten. Ich bin wieder hergestellten. Ich bin wieder hergestellten. Ich schaff das schon. Mir wurde mein Leben hier vorhin weggenommen. Ja, komm schon. Ich find den echt gut. Der mit Revolver, mit dem kann ich nicht irgendwie hin einfach. Ah, dieser Schnellschuss. Der ist hier drin. Ah, die kommen aber auf sich wieder runter. Krass. Da hab ich noch nicht hingeguckt. Noch nicht, aber... Das ist mir jetzt zu viel Leben. Ich brauch ja nur dieses Klapp. Eine kleine Kapsel. Die größte könnte ja jemand gebrauchen. Warum wollte ich sie dann noch? Nein! So. So. Alles klar. Was? Warum bin ich gerade durchgegangen, bitte? Und ich bin gerade da. Das ist einfach das Traum. Ja. Auch meine eigene Schuld. Warum komm ich auch wieder da hin? Ja. Dampfer macht, wo sagt mehr? Ja. Hab ich auch gekreift. Ja. Das ist das immer, Helland. Ja. Das ist mir auch, Helland. Ja. Ja... Ja. 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 Das ist mir immer. Ja. Ja. Ey, ist das so ein Kack schon wieder? Zwei Kills, ich wechsle jetzt wieder. Der mit dem Revolver regt nicht gerade übelst auf. Halt die verdammte Fresse. Wir können nicht mit der Sniper umgehen, da kommt unser Alter. Guter Freund. Wow, Baby, toll. Vier Minuten bis dahin sollte ich noch mal die Ultra haben. Ja, das ist ja mal so. Ja, das ist ja mal so wieder. Ja, das ist ja mal so wieder. Das ist ja die Ausrede von dir immer, wollte ich jetzt sagen. Naja, ist doch schön. Komm, verreckt doch. Was ist das? Warum zähl ich als einziges da schon wieder auf den? Wauw! Oh, komm schon. Oh, komm schon. Leben, Leben, wo ist das Leben-Ding der Nacht? Nicht hier, dann war's da. Hallo, wo bist du jetzt schon wieder? Schieß doch mal auf den! Wohin geht der? Ey, das ist doch so ein Hurensohn. So ein Witz ist das schon wieder. Nein, kein Bock mehr. Da ist einer bei mir und da verpisst er sich. So ein Hurensohn. Ich down ihn fast sogar. Wo ist der? Wohin geht der? Ey, das sollte doch eigentlich nicht sein. Eigentlich hätte er ja schon sterben müssen. Da ist ein Hurensohn. Da ist ein Hurensohn. Und das ist ja eternally, wenn du in der happens. Ja dann befindet sich, was du in einer Stelle dann denkst. Genau das ist ja mir gesehen. Da ist ja noch eine Handlung. Ja dann bin ich. Ja dann bin ich, bin ich. Schieb überwinden. Ja dann bin ich. Es ist noch total. Ja dann bin ich. Ja, klappt ihn nicht. Rekt doch, was ist das? Ja. Die Stunde. Da fühlt sich. Das ist scharf, bravo, verrückt doch, 13 Kills, boah, noch nachgelegt habe ich, krass, ja, kein Wunder, der Typ hat echt rasiert, gebe ich zu, der hat echt rasiert. Ah, ich hoffe doch nicht, der hat ja auch mich voll oft geholt, bis ich den Operator gewechselt habe, ja, oh, 11, meine Kiste war echt krass, also habe ich gerade 11 Leute geholt, krass, 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 oh, Silber, oh, yeah, ja, hoffentlich, Das war's.